Ohrschutz, Fluch oder Segen? Ist es jetzt gut, wenn man den benutzt? Oder kann das auch anstrengend sein? Das ist Thema dieses Videos. Ohrschutz war für mich zu Beginn meiner Odyssee Fluch und Segen. Beides zugleich. Erstmal so ein bisschen zu meinem persönlichen Hintergrund, Musiker. Das war schon immer cool, wenn es laut war. Also es war auch durchaus ein Argument für eine coole Band. Alter, wir sind echt laut. Es gibt ja auch genügend bekannte Bands, die damit werben, wir sind laut. Motorhead zum Beispiel. Wenn ich früher so in Konzerte gegangen bin, war das auch eher cool. Headbang. Dann hat es ja auch meistens immer mal so einen Tag gepfiffen. Das ist ja das, was ja eigentlich jeder kennt. Aber dann war es noch am Tag auch wieder vorbei. Das heißt, ich habe jahrzehntelang ohne Ohrschutz Musik gemacht und fand das auch cool. Erst ziemlich spät bin ich mal auf die Idee gekommen, vielleicht auch mal Ohrschutz zu benutzen bei den Gigs. Oder wenn ich auf Konzerte gegangen bin. Also Live spielen ist wirklich speziell, weil man verliert wirklich den Kontakt sowohl zur Musik als auch zur Band, was das gemeinsame Spielen angeht, als auch zum Publikum so. Wie sind die Reaktionen und klatschen die jetzt oder gefällt es denen? Das ist schon speziell. Mal ganz kurz so, welche Arten von Ohrschutz gibt es eigentlich? Die Asterix-Nummer wäre ja dann die Petersilie. Das nächste ist ja dann so Watte, was viele machen. Neulich habe ich ein Gig gehabt, da hat der Gitarrist sich vor dem Gig ein Tempotaschentuch abgerissen und ins Ohr gesteckt. Das ist natürlich so, ja, kann man machen. Ist die Frage, ob das dann wirklich viel Sinn macht. Aber besser wie nichts ist es auf jeden Fall. Dann gibt es so die Dinger, ich benenne das jetzt mal Universalstöpsel. Das sind so diese Oropax-Dinger. Einmal so die reinen Schaumstoffteile, dann gibt es die auch mit Wachs. Also die mit Wachs habe ich persönlich jetzt nie benutzt. Ganz früher hatte ich die mit dem Schaumstoff auch mal gecheckt. Das Problem bei mir ist, dass sowas nicht lange hält, weil laut Hörgeräteakustikern meine Gehörgänge zu klein sind. Deswegen waren für mich diese Universalmöglichkeiten nie so die Bringer. Was vielleicht gegangen wäre, das habe ich aber auch nie probiert, sind die mit Lamellen. Das wird auch oft empfohlen. Und die sollen die Höhen auch mit durchlassen. Also das Problem bei diesen, ob es jetzt Tempotaschentuch ist oder irgendwie diese Oropax-Teile, die nehmen ja die Höhen so weg, dann klingt es ja gleich so mumpf. Zumindest ging es mir immer so. Lamellen sollen da besser sein, aber ich habe keine Erfahrung damit. Dann gibt es noch den sogenannten Kapselgehörschutz, habe ich selber jetzt gerade gelesen, dass man den auch so nennt. Also Mickey-Mäuse, ich sage da immer Baustellen-Kopfhörer dafür. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu gleich. Und dann gibt es die an den Gehörgang-Angefertigten. Das ist ja dann meine Wahl, die habe ich immer schon gehabt. Hier mal ein Foto von meinem allerersten, die habe ich seinerzeit bei Amplifon machen lassen. Bestimmt schon bald auch, 15 Jahre her. Und die waren noch richtig hart. Keine Ahnung, was das jetzt genau für Material ist. Aber da kann man Steine damit klopfen. Haben aber funktioniert. Das nächste waren ja dann diese Fischer-Amps. Da hatte ich schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich ein bisschen mehr dazu gesagt habe. Die finde ich ja legendär, weil man ja die Filter austauschen kann. Da kannst du also zwischen 6 und 25 dB immer individuell einstellen. Das sind dann irgendwie sechs verschiedene Stärken, die man da reinsetzen kann. Die sind insofern auch schon besser, weil die dann flexibel sind vom Material. Und die Steigerungen davon sind dann die hier, die habe ich bei dem Herrn Kroll machen lassen, dem Heilpraktiker, bei dem ich die Laser-Therapie habe machen lassen. Die machen dann 30 dB, beziehungsweise gibt es eine starkere von 35. Ich habe die mit 30 dB. Und die werden auf der Internetseite der Firma, um die es hier geht, als Sportschützen-Uhrschutz bezeichnet. Also da kann es dann schon richtig knallen. Und der Herr Kroll meinte, der nimmt die dann immer, wenn er ins Fußballstadion geht. Ich habe die mal beim Konzert drin gehabt, da waren die mir dafür schon zu dicht. Ich habe dann wieder meine anderen reingemacht mit 25 dB. So und jetzt mal zum Handling. Wie war das jetzt eigentlich? Ich hatte ja Tinnitus ziemlich laut, Dysakusis sehr ausgeprägt und auch eine ziemlich starke Hyperakusis. Vielleicht erstmal bei mir zu Hause. Hyperakusis war so, dass er selbst das Betätigen eines Lichtschalters tat mir ja vor allem im rechten Ohr weh. Das heißt, bei mir im Haus habe ich die Dinger immer aufgehabt. Also egal, ob ich Staub gesaugt habe, selbst zum Zähneputzen. Der Unterschied zum anderen Ohrschlöpfen ist, also die machen ja auch schon dicht, aber dadurch, dass sie nicht direkt im Ohr sind, ist es nicht ganz so unangenehm im Sinne von, dass der Tinnitus direkter wird. Das ist natürlich immer der Punkt, wenn du Ohrschlöpsel reinmachst, wird der Tinnitus natürlich lauter, weil du ihn viel direkter wahrnimmst. Wenn ich dann aus dem Haus gegangen bin, habe ich die anderen Ohrschlöpsel reingemacht. Das war nicht immer einfach, weil, wie schon erwähnt, der Tinnitus extrem laut dadurch wurde. Es wurde ein bisschen relativiert, weil ja mit den ganzen Geräuschen, hier Verkehrsgeräuschen und mit dem ganzen Drumherum, das nicht mehr ganz so schlimm war, aber das war schon extrem. Es hatte für mich auch immer das Gefühl, ich bin auf der Flucht, ich renne da so ein bisschen vor diesem Tinnitus weg. Und sobald ich wieder zu Hause war, also ich bin eigentlich das Treppenhaus hochgerannt, ganz schnell in die Wohnung rein und habe ganz schnell diese Dinge rausgezogen, dass es endlich wieder ein bisschen entspannter wurde. Das hat eine Weile gedauert, bis ich da einen Punkt hatte, dass ich mich schon daran gewöhnt habe, den Ohrschutz drin zu haben und dass der Tinnitus dann halt direkter ist und zu Hause halt wieder rausgemacht habe und es war Entspannung. Ich glaube aber, dass es gut war, weil die Frage ist, warum ist mein Tinnitus leiser geworden, warum wurde das alles besser? Das lag von meinem Empfinden schon wirklich am Ohrschutz. Unabhängig davon, ob jetzt irgendwelche von den Therapien, die ich habe machen lassen, auch natürlich was dazu getan haben. Aber die Argumentation, dass es sich ja um eine Überlastung des Innenohres handelt und man muss dem Innenohr die Gelegenheit geben, sich zu erholen und deswegen vor Geräuschquellen schützen, hat mich schon überzeugt und ich bin dabei geblieben. Irgendwann fühlte ich mich dann wirklich geschützter, wenn ich die Dinger drin habe, vor den ganzen Umgebungsgeräuschen. Also sowohl Straßenverkehr, Bahnhöfe, ganz extrem Bahnhöfe, also S-Bahn, U-Bahn, wenn man so, die auch LKWs, wenn die immer ihren Druck ablassen, da war ich dann schon entspannter, wenn ich mit den Dingern rumgelaufen bin und hatte mich auch daran gewöhnt, dass dann der Tinnitus halt direkter war. Habe es auch nicht mehr so wahrgenommen, aber es war dann schon noch natürlich erleichternd, wenn ich ihn zu Hause rausgenommen habe und dann habe ich mich mit den Baustellen Kopfhörern ausgeholfen. Allerdings muss man vorsichtig sein, dass man auf der völlig sicheren Seite ist, wenn man Ohrschutz benutzt, da über die Knochen ja auch was kommt. Hier mal ein Artikel dazu von der Internetseite, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Was wir mit Gehörschutze doch nicht verhindern können, sind das Auftreffen von Schallwellen auf den gesamten Kopf und die damit verbundene Schwingung des Schädelknochens. Dazu habe ich auch noch eine Geschichte, aber da mache ich ein extra Video dazu. Also selbst wenn man Ohrschutz drin hat, sollte man vorsichtig sein, zumindest in einer akuten Phase oder wenn es wirklich noch laut ist. An dieser Stelle aber wieder der Hinweis, dass es sich hier bei diesem Video um keinen medizinischen Ratgeber handelt. Ich teile mit euch lediglich meine Erfahrungen und daraus resultierende Gedanken. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Abonnierbutton, dann bleibt er auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg bei der Auswahl eurer Stöpsel. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020